Es ist dem Feind gelungen, die Fronten-Walterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jogel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie waren Befehl, so wie das Meisten! Oh, meint euch das also, Decker? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist dem Zweiteil so ein Haufen! Nie das berättige Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feindlinge! Verbrechen, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Schmeich des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuger gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahre lang, dass das Militärme der Aktionen nur behindert! Das hat mich gegen den Mordstück gegeben... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich ein Lall, ein Leid auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei denen verlasse, irrefeln Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Dann sehen Sie, was Sie wollen. Vielen Dank.